Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Heute geht es um das Thema Optionenrollen in der Praxis. Ich zeige das live in der TWS. Wir haben heute einen blutroten Tag. Der Dow Jones ist gleich zum Handelsstart über 400 Punkte ins Minus gerauscht. Einige Positionen, die ich gerade gestern erst eröffnet habe, sind entsprechend auch stark gefallen im Wert. Und ja, da wollen wir einfach mal schauen, wie das geht. Ich wurde sehr oft gefragt, kannst du nochmal bitte in der TWS die einzelnen Moves zeigen, um eine Option zu rollen. Das will ich heute tun und damit wünsche ich viel Spaß bei diesem Praxisvideo. So, dann schauen wir einmal ins Portfolio rein hier. Ich habe gestern einen Short Put auf Boeing verkauft mit dem Strike bei 340. Laufzeit Ende der Woche, 6. Dezember. Das hat mir 16,50 Dollar Prämie gebracht. Da ist die Provision schon abgezogen und heute startet der Dow Jones stark im Minus. Über 400 Punkte ging es bergab. Das heißt, mein Boeing Put ist gleich mal über 1000 Euro, 1000 Prozent ins Minus gelaufen. Und ich war mir dann nicht sicher, weil ich noch einige weitere Boeing Put hier liegen habe zu verschiedenen Laufzeiten. Wollte ich kein Risiko eingehen und habe dann zunächst erstmal den Put gerollt, also oder diese Position gerollt. Und habe mir hier, sieht man es also auf 315, zum 27. bin ich runtergegangen und habe dafür ein 158, also 158 Dollar Prämie kassiert. Und dann habe ich meinen Put vom 6. Dezember hier, den 340er, den habe ich verkauft und habe dafür, nein, den habe ich zurückgekauft und habe dafür 155 Dollar bezahlt. Das heißt, ich habe hier noch ein leichtes Plus, also diese 3 Dollar habe ich einkalkuliert, weil das ja meine Handelsgebühr ist, also 150 für den Verkauf vom neuen Put und 150 für den Rückkauf von dem alten Put. Somit bin ich hier bei plus minus 0 und habe immer noch die 1650 vom ersten Put von gestern über und bin jetzt hier gleich aus dem Feuer ein bisschen gekommen, weil hier ist mein Boeing Put halt verkauft. Der hat jetzt ja hier Position 0, weil ich den heute glattgestellt habe und gerollt habe. Dafür habe ich jetzt einen hier drin mit Laufzeit 27.12 da und da liegt der Strike bei 315. Das ist jetzt noch ein bisschen weiter weg als da, wo wir aktuell sind bei den 350. Genau, das war jetzt eine Sicherheitsmaßnahme, die mich nichts gekostet hat, wo ich jetzt noch einen Mini-Überschuss gemacht habe durch die Prämie, die ich gestern eingenommen habe. Und jetzt haben wir hier aber noch eine andere Position. Apple war zwischendurch jetzt auch schon knapp 700 Prozent im Minus. Jetzt ist die Aktie gerade wieder ein kleines Stückchen gefallen. Wir reden hier von einem Short-Put mit Strike 250 Dollar zum 6. Dezember, also Freitag und aktuell liegt der Kurs, schauen wir mal hier in die Watchlist, jetzt bei 256,72. Also der ist allein heute über 7 Dollar gefallen und auch hier würde ich jetzt mal schauen, ob wir die Position irgendwie noch neutral oder mit einem kleinen Gewinn gerollt bekommen. So, also 513 Prozent im Minus und wir haben jetzt wie gesagt die Situation 250er zum Freitag und jetzt können wir mal in die Optionskette gucken, was uns in diesem Monat noch so für Möglichkeiten offenstehen. Also erstmal schaue ich, was kostet das, wenn ich den jetzt zurückkaufe. Den 250er hier in der Optionskette müsste ich aktuell 112 Dollar wahrscheinlich für veranschlagen. Und jetzt will ich natürlich ungefähr diese 112 Dollar oder vielleicht wieder 215, damit ich die Gebühren wieder raus habe. Das heißt 115, da müsste man mal gucken, wo man das hier hingerollt kriegt. Auch Ende des Monats bietet sich da ja an und dann würden wir landen bei 235 aktuell, dann hätten wir sogar noch einen kleinen Gewinn gemacht und kommen mit dem Strike ein ganzes Stück weit weg. Das heißt, ich würde jetzt gucken, ob ich zunächst erstmal den hier verkauft kriege. Das ist natürlich auch Geschmackssache, wie rum man das jetzt macht. Also ich schaue oder ich lege einfach erstmal hier rein, eine Order, wie immer ungefähr die Mitte zwischen 1,25 und 1,28. Ich versuche es einfach mal mit 1,27, das wird sicherlich nicht klappen. Legt die aber schon mal hier rein, würde mich wieder 2700 Dollar Margen kosten. So, da liegt das Ding und jetzt gucke ich gleichzeitig mal, wie gesagt, wegen des Verkaufs der Position nochmal sicher gehen. Also 6. Dezember und ein 250er. Dazu denn wieder hier rein. Also das gibt auch mehrere Wege, den jetzt zu verkaufen. Man kann das auch im Portfolio selber machen. Ich gehe jetzt diesen Weg, schaue mir die Optionskette an. Das hier ist vielleicht sogar ein bisschen fehleranfälliger, aber hier ist unsere 250er Strike-Geschichte. Und wie wir eben gesagt haben, ja zwischen, also den wollen wir jetzt ja kaufen. Da muss man dann auch aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Und hier dann auch auf kaufen geht. Also auf die Kaufen-Seite ist dann immer blau. Und wenn ich was kaufe, will ich natürlich so wenig wie möglich ausgeben. Anders als beim Verkauf, wo ich so viel wie möglich haben möchte. Aber jetzt schaue ich einfach mal, ob ich hier einfach mal mit 1,10 rangehe. Stelle ich jetzt auch rein und das würde mir 4.000 Dollar Margen freimachen. So dies, achso guck mal, da habe ich sogar nur 90 Cent jetzt bezahlt für diesen Rückkauf. Also habe ich den jetzt aktuell recht günstig bekommen. Und wenn ich jetzt den Verkauf eben teurer mache, dann ist das mein Plus. Da kann ich dann jetzt ja runtergehen, weil ich ja eben viel günstiger zum Zug gekommen bin, als ich dachte. Also es geht hier immer weiter runter, das heißt, ich gehe auch noch runter. Hat ja auch einen Grund, warum wir den eben halt auch schon für 90 zurückkaufen konnten. Da verschieben sich natürlich dann so die Verhältnisse ein bisschen. So, jetzt habe ich 1,16 dafür bekommen. Hier steht es, Ausführungskurs. Ich habe jetzt also etwas für 90 Dollar gekauft. Also meine alte, ehemals, also gestern verkaufte Position für 90 Dollar zurückgekauft. Und mir jetzt hier Luft, nämlich statt einen 250er Strike, habe ich jetzt einen 235er Strike. Ich habe mir also 15 Dollar Luft erkauft und auch Zeit. Allerdings habe ich da jetzt sogar einen Überschuss erwirtschaftet, weil ich jetzt für den Verkauf sogar 116 Dollar erhalten habe. Ja, abzüglich wieder der Ordergebühren. Also wir haben jetzt hier einen Überschuss von 26 Dollar minus der 3 Dollar Gebühren sind 23 Dollar. So, und gestern habe ich ja halt auch schon eine Prämie kassiert für den ursprünglichen Verkauf und die lag bei 14,50. Das heißt, bin ich weiterhin oder jetzt noch deutlicher im Plus soweit. Natürlich kann es sein, dass die Aktie jetzt weiter Richtung meines neuen Strikes auch sich bewegt. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mir hier Zeit und weiteren Puffer durch diese Rollaktion erkauft. Das war jetzt einmal das Rollen in der TWS praktisch dargestellt und erklärt. Dann schauen wir noch mal kurz hier ins Portfolio rein. Also man sieht jetzt hier die Fälligkeiten am Freitag. Jetzt ist hier mein unrealisierter Gewinn und Verlust. Sieht das schon wieder deutlich entspannter aus. Der Call sowieso, wenn heute alles fällt, ist fast schon im Ziel bei den 100%. Ein Put von 3M ist, ja, 25% im Minus ist nicht die Welt. Da muss man jetzt schauen, wie sich das diese Woche noch entwickelt. Sonst wird da vielleicht eingebucht. Da kann man dann auch mal mit leben. Und ich habe gleichzeitig auch noch einen Call auf 3M hier ebenfalls. Das heißt, der ist natürlich dann auch schon fast bei 100% im Plus. Und noch eine Paypal Position, die ja hier anscheinend auch überhaupt gar nicht in Gefahr ist. Da habe ich einen 92er Put und schauen wir kurz mal, wo Paypal steht. Ja, 105. Da sollte bis Freitag hoffentlich auch nichts mehr groß anbrennen. So, ich habe jetzt hier auch ein bisschen Margen natürlich wieder frei gemacht, weil das ist natürlich schon recht deutlich über die 50%. Aber ich sage mal, zumindest die Positionen, die wir jetzt hier für diese Woche offen haben, sind jetzt wieder einigermaßen safe. Klar kann es morgen genauso krass weitergehen. Dann kann das auch schon wieder anders aussehen. Vor allem haben wir hier dann auch schon für die nächste Woche jetzt auch wieder einige Positionen stark im Minus. Jetzt warte ich aber ab, wie nachhaltig jetzt dieser Rücksetzer ist. Schauen, ob das jetzt mal eine längere Korrektur wird, die ja, wie von vielen behauptet, inklusive meiner Meinung auch wirklich jetzt auch mal überfällig ist, dass mal was Richtung Süden länger geht. Und dann müssen wir hier vielleicht auch nochmal wieder reagieren. Aber wie das grundsätzliche Rollen jetzt geht, hat man gesehen, ist natürlich gut für meinen Münchner Rückcall. Da wird ja öfter mal nachgefragt, wie es dem geht und wie ich mich entschieden habe. Wie man sieht, liegt der hier immer noch drin, ist auch immer noch 150, 155% im Minus. Aber der hat jetzt natürlich mal ordentlich Schub in die für mich richtige Richtung in dem Fall jetzt mal bekommen. Und von dem her, wenn es weiter runter geht, könnte das meinem Münchner Rückcall auch noch gut tun. Also das war es jetzt soweit. Margen ist auch mehr als ausgelastet. Das heißt, groß handeln werde ich nicht. Also jedenfalls nichts Neues dazu kaufen. Ich würde dann jetzt gucken, wie sich es morgen und gegebenenfalls im Rest der Woche entwickelt, um dann eventuell auch noch die weiteren Positionen für nächste Woche zu rollen. Das erst mal aus meinem Portfolio. Solltest du dich also jetzt für den Optionshandel begeistern und noch keinen Broker haben, schau bitte gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich zwei Angebote von zwei Optionsbrokern. Einmal von Banks, dort kann man direkt zum Depotstart mit Sonderkonditionen, was die Gebühren angeht, starten. Und CapTrader, da kann ich zehn FreeTrades im Bereich Aktien oder Optionshandel anbieten. Bei Banks ist es so, dass du einfach im Depoteröffnungsprozess den Gutscheincode FreeKey in das entsprechende Feld eingeben musst. Und dafür musst du vorher die Internetseite www.bankstrading.de aufsuchen und dann eben den Code eingeben. Bei CapTrader ist es so, dass du in die Videobeschreibung schauen musst und den dortigen Link zur Depoteröffnung verwenden musst, um von diesen zehn FreeTrades zu profitieren. CapTrader hat die günstigsten Handelsgebühren für US-Aktien, soweit ich weiß, von den Resellern. Und von daher vielleicht interessant, das dafür zu nutzen oder eben auch für den Optionshandel, da hat man gleich zehn FreeTrades dabei. Also alle weiteren Infos zu diesen beiden Angeboten, was ein Optionsdepot angeht, unten in der Videobeschreibung, da steht alles erklärt. So, das war das Praxisvideo live aus meiner TWS hier. Habt ihr mir schön über die Schulter schauen können, wie ich eine Position gerollt habe. Und ja, ich hoffe, damit habe ich die Fragen oder die Frage dazu jetzt auch beantwortet. Jetzt kann ich immer auf das Video verweisen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen da lässt unter dem Video. Ich freue mich über jegliche Kommentare, Anmerkungen und so weiter in den Kommentarfeldern hier unter dem Video. Ich freue mich, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du das nachholst. Bitte aktiviere dann auch die Glocke, um immer direkt über das neueste Video informiert zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.